Hey, hey, life in the dream house, oh yeah, life in the dream house, life in the dream house. Oh, die Post ist da! Fanpost, Einladung für ne Gala, mehrere Heiratsanträge. Ui! Ich hab dich kreischen gehört. Ist der das? Ah, mein Führerschein. Wieso bekommst du den eigentlich erst jetzt? Du warst doch Rennfahrerin. Ich hab schon so viel in meinem Leben gemacht. Es ist schwer, den Überblick über 135 Berufe zu behalten. Und es kommen noch neue dazu. Hallo? Wir haben dich kreischen gehört. Hast du ihn gekriegt? Fährst du Theresa und mich zum Strand? Der Wetterfrosch im Radio hat Sonne vorausgesagt. Das heißt, dort sind ne Menge süße Jungs. Die Wahrheit ist, ich hab zwar einen Führerschein, aber ich kann nicht Auto fahren. Ich hab dein Kreischen gehört. Ich rufe euch später zurück. Also, zeig her das gute Stück. Juhu! Darauf hast du schon so lange gewartet. Deshalb möchte ich dir etwas ganz Besonderes schenken. Der ist ja großartig. Da müssen wir jetzt wohl ne Runde basteln. Barbie, sieht das für dich wie ein Puff-Ausrohr-Dings raus? Schon fertig. Ob es mir etwas ausmacht, dass Barbie das Auto zusammengebaut hat? Auf keinen Fall. Das macht mir doch nichts aus. Nein, abgesehen davon, kann sie vielleicht das hier? Go! Schnell noch einen Blick in den Außenspiegel und dann können wir los. Weswegen hab ich mir anfangs überhaupt Sorgen gemacht? Ich werd das mit dem Autofahren nie lernen. Klingt nach dem Puff-Ausrohr-Dings. Bin gleich wieder da. Zum Strand! Es, ähm, tut mir leid, aber ich kann noch nicht sehr gut fahren. Am Point Doom wurden mega Brecher gesichtet, Barbie. Ja, und auch ein paar so richtig hohe Wellen. Barbie, warte auf mich! Ich hab wirklich Angst. Und doch lieb ich es. Barbie, warte! So, was um alles in der Welt ist denn jetzt? Warte! Jetzt fahr ruhig weiter. Ich kann nur leider nicht. Oh, wir sind ja schon da. Danke für die Fahrstunde, Ken. Kannst du mir nicht zeigen, wie man fährt? Du warst doch Rennfahrerin. Ah, wusste ich's doch. Warnung! Das Objekt im Spiegel kann hübscher sein, als es zu sein scheint. Das Puff-Ausrohr-Dings. Das Puff-Ausrohr-Dingsohr-Dings. Ja, ich bin nur der Sitz-V Pens Welten. Du warstуп-Ausrohr-Ding. Und so warst. Das Zelten. Dann damit zum BackיםHowst-Wensohr-Dings. Das Puff-Ausrohr-Dings. Und dann farm essen.